Mit unseren zehn Märkten starten wir die dritte Wobbler-Kampagne im Norden. Wobbler 3.0 bedeutet die beste Performance für Ihre Produkte. Wir starten eine strategische Partnerschaft mit Ihnen, mit gemeinsam abgestimmten Wobbler-Produkten und sorgen für die dauerhafte Verfügbarkeit und Vorführbereitschaft. Wir sorgen für die beste Platzierung in den Märkten und eine auffällige Kennzeichnung mit unserem Wobbler-Visual. Und zusätzlich legen wir den absoluten Vertriebsfokus der Verkaufsmannschaft auf die Wobbler-Produkte. Wir bieten Ihnen ein konsequentes Tracking und die Dokumentation der Umsatzqualität aus den Märkten und zusätzlich eine unübersehbare POS-Gestaltung. Dieses Jahr machen wir alles anders. Wir präsentieren Ihr Produkt auf unseren Social Media Kanälen. Wir präsentieren Ihre Produkte kreativ und anders. Wir starten eine 360-Grad-Kampagne für Ihre Produkte. Ob Facebook, Instagram oder im InStoreTV, Ihre Produkte sind stets präsent. Der Marketing-Mix beinhaltet digitale Ein-Eintel-Seiten, unseren Newsletter und das In-House-Radio und zusätzlich die Zielgruppenansprache über Facebook und Instagram. Unsere Kampagne beinhaltet drei Phasen und wir fokussieren uns zu 100% auf Ihre Produkte. Werden Sie unser Partner der Performance-Kampagne 2022. Mit unseren zehn Märkten starten wir in die dritte Wop-Up. Werden Sie unser Partner unserer Blablabla. Der gute Philips. ...